Und hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Might & Magic 8 Day of the Destroyer mit mir, dem Captain. Wir befinden uns hier auf der Insel Regner in einer Höhle, bei der wir durch die Drachen durchgemoscht sind wie Blöde. Und wir befinden uns hier jetzt vor dem Eingang zu Duroths Höhle, einem Drachen. Duroth, der Ewige. Ich bin Duroth, der Ewige. Indem ihr die Wachen besiegt habt, habt ihr euch das Recht verdient, mit mir zu reden. Was wollt ihr? Schließt euch uns an! Mit euch reisen? Welch eine alberne Idee! Ich reise schon mit einer gewissen Anzahl an Flöhen. Ich benötige keine weiteren Parasiten. Verschwindet! Ja, super. Der will mit uns nicht reisen. Der will mit uns nicht reisen, weil wir Stufe 49 sind. Die wollen immer nur mit einem reisen, wenn man schon stärker ist als die. Einzige Aufgabe. Versenkt die regnanische Flotte. Kehrt in die Ratskammer von Rabenbucht zurück. Hier geht's runter. Hier geht's runter. Okay, gut. Jetzt haben wir noch früh am Morgen. So, dann jetzt ab in die Festung dort. Oder probiert uns? Hier sind die Ratskammer von Rabenbucht. Mh, 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 mh. Mmh. Was ich halt ein bisschen blöd finde, ist mit diesen ganzen Heilings hier, dass die ja letztendlich, dass du letztendlich überhaupt nicht von diesen vielen, vielen, die du da hast, eigentlich gar nicht so richtig von profitierst. Weil im Endeffekt bist du doch viel besser dran, wenn du eine Truppe zusammen hast und die halt perfekt aufbaust. Dieses Ganze, ach ich nehme jetzt mal einen Drachen rein oder ich nehme jetzt mal einen Troll rein, funktioniert doch dann überhaupt nicht mehr. Weil die ja gar nicht mitleveln. Dann sind die hoffnungslos veraltet oder du musst halt bei Level 50 wirklich sagen, jetzt wechsle ich mal. Ich weiß, als ich die Q gekriegt habe, war die schon Level zu niedrig. Und deswegen hängt er jetzt immer hinterher. Na ja. Ja, den Drachen aus der Gerottenschlucht am Anfang holen, genau. Ich wollte, ich wusste, ich wusste von dem Spiel nicht mehr genau, wo was ist, ne. Ich glaube, ich habe Might Magic 8 auch gar nicht, Might Magic 8 habe ich glaube ich sogar gar nicht durchgespielt. Ich habe es zwar gehabt, aber ich habe es glaube ich angespielt und dann habe ich keinen Bock mehr gehabt. Weil es, weil ich schon keine Lust hatte mit dem, mit diesem Sammel, Zusammensammeln und so weiter. Ich wollte eigentlich ein Might Magic 6 oder 7 haben, mit 8, mit einer anderen Story und einfach go. So, und jetzt hatte ich dann Might Magic 8 mit einem und das war halt komisch. Und ich glaube, dann hatte ich auch keine Zeit mehr. Und das Neune habe ich mir erst vor kurzem irgendwann geholt, vor irgendwann in den letzten Jahren. Na, wie das wird, da bin ich mal gespannt. Installiert ist es, es scheint auch zu laufen. Aber es scheint ja offensichtlich ganz schön viele Bugs zu haben. Da muss man mal gucken. Einmal mal gucken. Erstmal jetzt das 8er zu Ende spielen. Wir gehen jetzt in die Piratenfestung. Muss ich noch irgendwas einstellen? Fliegen, nein. Eile, nein. Regeneration, Schmerzreflexion läuft auch noch. Wunderbar. Hier war ich doch sowieso glaube ich schon drin. Ganz genau. Die nette Bucht. Aufzug 1. Aufzug 2. Klick. Gut. Das ist nicht weiter tragisch hier. Ich kann das mal größer stellen. Ah, okay. Ihr habt hier eure... Ist mir nicht bekannt. Ist mir nicht bekannt. Wir können etwas Besseres finden. Wir können etwas Besseres finden. Mitnehmen. Wir können etwas Besseres finden. Da kann man bearbeiten. Wir können etwas Besseres finden. Oh nein, der Koch. Ist das Essen gut? Grüne Tonne heißt. Aufs Dauer. Ich wieder gelbe Tonne. Genau. Genau. Neuigkeit. 40. So. Gut. Ist das da hinten? Auch eine grüne Tonne. Okay. Was ist mit dem Essen hier? Wie? Habt ihr kein Essen zubereitet hier? Koch. Warum gibt es nichts zu essen? Da werde ich ja grantig hier. Da ist der Fahrstuhl. Hier geht es noch weiter. Was ist mit dir? ist mir unbekannt. Ist mir unbekannt. Und hier ist der andere Fahrstuhl. Und hier ist der andere Fahrstuhl. Und da drüben sind jede Menge. Hier, komm. Pass auf. Ach. So. 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 So, was ist hier? Essen. So, wegfuttern. Das könnten wir gebrauchen. Wie, das könnten wir gebrauchen? Haben wir schon wieder irgendwas gefunden? Nee, ne? Achso, die Sachen wollte ich ja auch noch verkaufen. Jetzt bin ich ja hier reingelaufen. Ich wollte doch hier eigentlich noch mit Sachen loswerden. Jetzt bin ich hier reingelaufen und hab mir hier schon mal losgelegt, ne? Ich mein, okay, ich nehm das jetzt mal mit. Ist mir nicht bekannt. Ist mir nicht bekannt. Das könnten wir gebrauchen. Was liegt da? Wir können etwas Besseres finden. Wir können noch ein Pfeilchen. Das ist das Lager. Das könnten wir gebrauchen. Wir können etwas Besseres finden. Kannst du auch mal die Klappe halten, Mann, du Licht. Du klingst gar nicht wie so ein Licht, ne? Da geht's noch weiter. Alles klar. So, müssen wir kurz raus. Ich muss mal gerade das. Wozu? Wozu so viel durch die Gegend ziehen hier, Mensch? Wir haben doch Leuchtfeuer setzen. Und jetzt portieren wir uns raus. Und zwar nicht nach Regner. Sondern hier in diese Zuflucht. Weil hier ist auch alles ganz dicht. Hier steht nämlich da drüben. Hier steht nämlich Rüstung. Und das andere gleich nebendran da. Das ist schön. Wo ist meine letzte Stufe? Das ist eigentlich nett, aber eigentlich brauche ich den nicht, ne? Und das ist das hier. Also, es ist hier. Okay. Okay. So. Nicht genug Platz. Nicht genug Platz. Unsere Äxte sind die Besten. Wir können etwas Besseres finden. Ganz viele Schrott-Sachen, die ich hier gesammelt habe. Wir können etwas Besseres finden. Addiert 9 bis 12 Kälteschaden. Besseres auch? Addiert 12 Punkte, Körpermagie. 2W4 plus 11. 600. 600. Unsere Äxte sind die Besten. Verkaufen wir. 100. 800. Das war's. So, und hier unten gibt's den Magielagen. Wir führen erstklassige Ware. Wir danken für euren... So, dann kannst du mir mal zeigen, was du da drauf haben willst. Entschärfen 11, kann weg. So, Resistenzen. Feuer, Resistenz 13. Feuer, Resistenz 10. Ja, dann... Weg mit den 10 Feuer, hin mit Resistenzen auf alles. Gut. Wir führen erstklassige Ware. Trank der wahren Persönlichkeit. Kann sein, dass ich den schon habe, aber... Zauberpunkte 16. Ja, nehmen wir auch nochmal mit. Wir danken. Ja, der letzte. Der noch keine, der das noch nicht hat. Zauberpunkte 12 durch Zauberpunkte 16 verbessern. Okay, gut. Haben wir hier wieder alles. Geben wir zurück. Aktivieren. Piratenfestung. Und schon sind wir wieder zurück. Und so können wir jetzt immer schnell rein, raus, Zeug verkaufen. Auch wenn ich jetzt nur noch ganz bestimmte Dinge mitnehme. So, und hier gibt es die Tunnel. Da ist irgendwie eine Kiste. Schatten Chris können wir mal verzaubern. Das könnten wir gebrauchen. Das könnten wir gebrauchen. Die könnten wir auch mal verzaubern. Wird auch nicht besser, ne? Kälteschaden 3 bis 4. Gut, die Kiste war egal. Ah ja, da unten geht es weiter. Was haben wir hier? Nix. Es geht hier weiter. Mit dem Tunnel. Und das ist der Tunnel, der rüber geht. Piratenfest. Verlassen. Dem Unbekannten sollte man mit Vorsicht begegnen. Aha. Genau. Dem Unbekannten sollte man mit Vorsicht. Passage unter Regner. Gut, gucken wir mal. Hier geht es nach unten. Ah. Moment. Jetzt weiß ich, was noch fehlt. Schmerzreflexion ist ausgelaufen. Was ist da mit neun Minuten? Ach, fliegen läuft in neun Minuten aus. Erledigt. So. Und hier kommen wir wieder raus. Hier kommen wir raus. Okay. Wollen wir mal gucken, was es noch in den restlichen Gängen gibt. Noch irgendwas interessantes bestimmt. Oder hoffentlich. Weil wir dezimieren ja, wenn da ein Komplex, ne? Und da ist das. Joi, joi, joi. Zack, zack, zack. Und. Kann ich mal Zauberer haben. Man muss ja halt immer alte Opas mit Trübstoff weghauen hier. Ja. Du, einfach. Da sind die sogar Kampfbarker. Diese Kreatur ist mir nicht bekannt. Woher kommt die eigentlich alle her, Oga? Gibt es hier irgendwie ne, ne Zuchtstätte hier unten, oder was ist los? Maschinengewehrfeuer frei. Das Mannster ist tot. Das Mannster ist tot. Die Sprüche. So, wo kommen wir denn jetzt draus? oben hoch. Oh. 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 Gut. Hey. Ich habe es geschafft. Oh. 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 Meilung. Was. 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 kommt man wahrscheinlich an den unterschiedlichen Stellen raus von der Höhle, damit man auch von unterschiedlichen Stellen vor den einzelnen Türmen rauskommt, ne? Wahrscheinlich, ne? Oder kommt man... Achso, doch, so. Das ist ein... Okay. Pass auf, hier können wir checken, wo das ist. Das andere ist ja im Gebäude. Das scheint ja wohl richtig zu sein. So. Speichern. So. Möchtet ihr die Passage verlassen? Ja. Ich hoffe, es ist es wert. Verlassene Piratenfestung. Okay. Wir kommen wieder. Das heißt, alles ist eigentlich untereinander verbunden. Dann ist das eine die verlassene Piratenfestung. Was war das andere? Muss ich gleich mal gucken. So. Oh, ich muss nachzaubern. Schon drüben wir der Mask weil die Eile gleich abläuft. Das ist mal leichter so als anders. Oh, was für Höhlen und Tunneln hier. Also, hier bin ich schon gewesen, oder? Ja, und hier bin ich schon gewesen. Das ist die alte Piratenfestung. So, okay, gut. Und wenn ich jetzt hier rum... ich jetzt hier rum... ... ... ... ... Das war's für heute. Da war ich noch nicht. Da war keine Leistung. So. Da oben war auf jeden Fall noch mal was, wo man raus konnte. Ach, hier ist wahrscheinlich der Eingang, ne? Wir sind wieder am Eingang. Piratenfestung. Das ist der Eingang. So. Gut gemacht. Hier geht's nach oben. Ach so. Ah. Das ist der Turm. Jetzt wird sich einiges klar. Das ist der Turm. Ja, genau. Und hier drüben, da geht es zu dem anderen Turm, gehe ich davon aus, ne? Hier bin ich ja auch schon hoch. Das ist wahrscheinlich dann der südliche Turm, ne? Ja. Musst es doch. Passt. Also. Dann komme ich nur noch umhin bei der Karte. den einen Weg hier zu nehmen, der dann in zwei Sachen verzweigt, die aber alle hier hinten enden. Okay, gut. Mhm. Ganz genau. So. Und hier geht's nirgendwo weiter in die Tiefe. Das sieht alles nur so aus. Wie du ich. Jetzt sind wir den Punkt. Die Schmerzreflexion ist schon gleich wieder vorbei. Okay. Okay. Und hier. Und hier will ich jetzt auch hin, weil jetzt sind wir in der verlassenen Piratenfestung. Und ja, da sind schon die Leute. So, ein paar einbeinige Opas abknallen. Hast du Hilfe geholt? Nee? Jetzt, da kommt die Hilfe. Gut gemacht! Haha, erledigt. Noch ein Erzmagier. Und wie viel Erzmagier du hast? Hier ist eine Höhle. Erledigt! Ist irgendwas kaputt gegangen? Das könnten wir gebrauchen. Bah, ist mir unbekannt. Das könnten wir gebrauchen. Der ganze Scheiß hier. Na ja, gut, jetzt haben wir hier. Die Kiste. Wahres Glück. Ah ja, hier findet man hier jetzt auch. Okay. 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 Wie? Wo ist hier aber noch mehr Geld drin liegen? Wir können etwas Besseres finden. Intellekt 11, den können wir mitnehmen. Ich glaube, der ist besser. Wir können etwas Besseres finden. Ein Ring, den könnten wir zur Not bearbeiten. Intellekt 9, Intellekt 11. Intellekt 11. Sehr schön. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Wo strommern die rum? Wo strommern die rum? Rechts, links geht es runter. Was gibt es gerade aus? Pass auf, wir gehen erst mal, wir gehen erst mal die Seitengänge ab. Oh. Huh. Oh. 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 Feuer frei mit dem Maschinengewehr. Ja wir wissen gar nicht wie geschieht hier ne. Gut gemacht. Hier sind die Ogre. Geld, 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 Geld. Probieren. Wir können etwas besseres finden. Geld und zwölfer Helm. Das könnten wir gebrauchen. Oma ist schlecht. Was ist hier? Uh, was ist das? Kanonenkugel der Herrschaft. Wichtiger Gegenstand. Die merkwürdige Kanonenkugel, die ihr aus der Regnanischen Festung mitgenommen habt. Sie hat keinerlei Ähnlichkeit mit irgendeiner Munition, die ihr vorher gesehen habt. Notizen zum Entwurf einer Kanone. Alles klar. Lesen. Bäh, ist mir unbekannt. Schwert muss da rüber. Äh, nein. Notizen zum Entwurf einer Kanone. Endlich, nach vielen Jahren voller Misserfolge, haben wir erfolgreich die Kanonenkugel der Herrschaft abgefeuert. Nicht nur, dass die Kanone nicht explodiert. Der ist. Der Schuss verursachte auch die erwartete breit gestreute Vernichtung. Jetzt müssen wir nur eine geeignete Schiffsbefestigung für diese experimentelle Kanone entwickeln, die sich außerhalb der Festung befindet. Nachdem wir dies geschafft haben, werden wir für immer die Meere beherrschen. Unsere Schiffe können mit einem Schuss aus einer dieser Kanonen eine ganze Flotte versenken. Ja, natürlich. Oh Mann. Natürlich. Klar. Das ist der Questgegenstand, damit ich die Kanone abfeuern kann. Dann um. Das könnten wir gebrauchen. Wir können etwas Besseres finden. Wir können etwas Besseres finden. Also. Das ist zumindest das, was ich hier gebraucht habe. Das könnten wir gebrauchen. Okay. Den nimmst du mal rüber. Du sollst den verzaubern. Okay. Gut. Das war also die Halle. Irgendwie liegt hier noch einer, oder? Da oben, oben und da unten. So. Hier waren wir schon. Ja. Was ist das? Das könnten wir gebrauchen. Ach, ein Ledergürtel. Nichts Besonderes hier. Okay. Das war also die eine Seite. Was finden wir jetzt auf der anderen Seite? Erzmarkt hier. Ja, erledigt. Verflucht. Geschafft. Extra Kisten. Oh. Hier sind die Ogre untergebracht. Der Ogre-Magie hat auch nicht lange gehalten. Ah, die sind battlearm, die Ogre. Wir können etwas Besseres finden. So, was haben wir hier? Wir können etwas Besseres finden. Das könnten wir gebrauchen. Wir können etwas Besseres finden. Verkaufen. Das könnten wir gebrauchen. Was haben wir hier? Geld. Das könnten wir gebrauchen. Plus 15 Glück und Regeneration von Zauberpunkten. Das könnten wir gebrauchen. Ausdauer. Hier. Du hast Regeneration von Zauberpunkten und Glück plus Regeneration von Zauberpunkten mit der Zeit. So, damit wird der verbessert. Ist mir unbekannt. Das könnten wir gebrauchen. Das könnten wir gebrauchen. Ich wünschte, ich würde es kennen. Das könnten wir gebrauchen. Hier, 2, 2, 2 plus 5. Wertlos. Nicht genug Platz. Passt nicht. Und der hier. Wir können etwas Besseres finden. Was haben wir hier noch? Wir können etwas Besseres finden. Wir können etwas Besseres finden. Das könnten wir gebrauchen. Erdmagie Zauber. Wir können etwas Besseres finden. Das könnten wir gebrauchen. Das könnten wir gebrauchen. Das könnten wir gebrauchen. Wir können etwas Besseres finden. Wir können etwas Besseres finden. was könnten wir gebrauchen. Wir können etwas Besseres finden. Das könnten wir gebrauchen. Das können wir auch noch mal versuchen zu verzaubern. Das könnten wir gebrauchen. So, okay. Das waren also die Zellen von den Ogern. Dann haben wir die auch schon mal platt gemacht. So, weiter geht's. Oh, die Regeneration hält noch eine Stunde nur an. Das können wir mal nacharbeiten. Irgendwas, was hier noch schnell abläuft. Eile ist das, was am ehesten abläuft. Okay, rechts rum. Ja, habt ihr gerade euch unterhalten, wie ihr die Piraten, wie ihr gerade hier die Welt unterjochen wollt, oder was? Okay, was haben wir hier? Ein Weg, der nach unten geht. Eine Tür. Oh, wie schön. Jetzt gibt's gleich Ogerfleisch. Das Monster ist tot. Das Monster ist tot. Das könnten wir gebrauchen. Das könnten wir gebrauchen. Ein Diamant nehmen wir mit. Das könnten wir gebrauchen. Gebrauchen. Wir können etwas Besseres finden. Wir können etwas Besseres finden. Welch ein Fund. Das könnten wir gebrauchen. Gegenstand identifizieren. Wahre Schnelligkeit. Haben wir schon. Überall. Brauchen wir nicht. Gegenstände identifizieren. Ah, 11. Und das sind 12. Wunderbar. Ich nehme mal an. Ah ja. Kommt ruhig runter. Hoch. Hoch. So. Noch mehr Leute. Ja, hätte ich das mal so rum gemacht. Ah ja, natürlich. Das ist jetzt der Hauptausgang, ne? Aufgegebene Piratenfestung verlassen. Stimmt. Ja, natürlich. Jetzt bin ich da hinten. Okay. Also sind das die Eingänge zu der einen Piratenfestung unten drunter, ne? Ist doch nicht schlecht. Ist doch nicht schlecht. Ist doch nicht schlecht hier, ne? Mal vergleichen. Habe ich noch irgendwelche Dungeons vielleicht vergessen? Was? Die haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Das haben wir. Gut. Ja, damit ist der Dungeon-Bereich Regner abgefrühstückt. Wo war jetzt endlich diese Kanone? Hier oben, oder? Wo waren die Flotte jetzt? Damit, wo waren die Flotte jetzt? Wo war denn jetzt diese Kanone? Ach, ich hätte sie mir markieren sollen, weißt du? Ich hätte sie mir markieren sollen. Ach, da oben! Da oben! Direkt hier oben ist sie. Da! Ja, natürlich! Da ist ja auch die... Da ist ja auch meine meine liebe Festung und alles. So... Äh, meine Flotte meine ich. So, wir fliegen ein Stück. So. Abspeichern. Und... Oh! Pling, pling! Haha! Mit dieser Kanone. Könnt ihr eine ganze Flotte vernichten? Ich sehe es. Sie ist völlig in Schutt und Asche gelegt. Sehr gut. Exakt wie vorausgesehen gesagt. So. wir können jetzt bis 53 trainieren. So, jetzt müssen wir zurück zu unseren Freunden. zu unseren Freunden nach... nach... Jadam, zur Rabenbucht. So, wie spät haben wir es denn? 10 Uhr abends. Ach, gut. Wunderbar. Komm. Hier rein. Wir haben die Flotte vernichtet. Aufgabe... Ihr habt bei der Zerstörung der Regnanischen Flotte ganze Arbeit geleistet. Und die Auswirkungen sind bereit zu spüren. Gerade gestern Morgen sind Catherine und Roland Ironfist zusammen mit ihrem Seher Xanto angekommen. Mit ihnen in unserem Bund wird unsere Allianz um vieles stärker. Unermesslich stärker. Ich muss zugeben, dass diese Krisenzeit für mich sehr anstrengend war und einige meiner schlimmsten Momente mit sich brachte. Dank eurer Anstrengung, glaube ich, liegt jedoch jetzt das Schlimmste hinter uns. Ich hege die Hoffnung, dass wir diese Krise überleben werden. Na, wenn das das Schlimmste jetzt war. Ich meine, alle begehbaren Wälder, Flächen sind gecleant von mir. Außer diejenigen, die sich jetzt wieder zurückgesetzt haben. Xantor. Ich habe ihn nur kurz kennengelernt, aber ich bin davon überzeugt, dass Xantor bemerksam viel über die elementaren Ebenen weiß. Anscheinend hat er während eines Feldzugs seines Feldzugs gegen die Teufel von Erratia viel von Iron Fists Verbündeten den Elementen gelernt. Die Elemente waren waren damals Iron Fists Verbündete als es gegen die Teufel ging. Momentan untersucht er den seltsamen Kristall auf dem Marktplatz der Stadt. Entweder findet ihr ihn dort oder in einer der Wohnstätten, die wir ihm bereitgestellt haben. Aufgabe Die Mitglieder des Rates haben viel Vertrauen zu diesem Xantor. Er hat mir erzählt, dass er an einem Plan arbeitet, um diese Krise zu überwinden. Wenn es jemanden gibt, der eine Lösung für dieses Problem findet, dann ist es Xantor. Wenn ihr uns helfen wollt, dann steht diesem mächtigen Seher zu Diensten, beratet euch mit ihm über den Kristall und findet heraus, was ihr für ihn tun könnt. Iron Fists Ankunft Es ist äußerst positiv, dass der königliche Hof von Enrod auf unserer Seite steht. Ich hatte schon Angst, dass die Mitglieder des Hofes zu viel Pomp und Prunk um sich bräuchten, wie so manch andere Monarchen. Ich bin froh, berichten zu können, dass dies bei diesem König und dieser Königin nicht der Fall ist. Sie gingen an Land und begannen sofort, sich mit unseren Problemen zu beschäftigen. Da ihr wichtige Mitglieder dieser Allianz seid, werdet ihr leicht Kontakt zu ihnen aufnehmen können. Wir haben sie in den Häusern hier in Rabenbucht untergebracht. Okay. Was sagt er zu Xantor? Ich weiß, dass ich im Rat mit meiner Einstellung in der Minderheit bin, aber wirklich, ich verstehe nicht, warum wir so einen Scharlatan wie diesen Magier in dieser Sache verwickeln sollten. Bestimmt ist diese Krise wie die meisten Dinge, doch mit einem richtigen Moment eingesetzten, gut geschmiedeten Stahl lösbar. Die Iron Fists Ich bin sehr zufrieden mit den Iron Fists und ihrem Seher Xantor, obwohl wir noch nie direkt zusammengearbeitet haben. So haben ihre Taten in Enrod und Erasier gegen die Gilde der Nekromanten und gegen die Teufel sie klar als Diener des Lichts ausgewiesen. Ich habe vollstes Vertrauen in ihre Pläne, uns vor dieser Krise zu schützen. Genau deswegen habe ich auch jetzt wieder die Diener des Lichts gewählt. Damit es konsistent bleibt mit den vorherigen Teilen. Catherine Iron Fist Als ich Herdenführer wurde, hatte ich nie damit gerechnet, dass ich während meiner Herrschaft so viel Erfahrung sammeln würde. Mit Sicherheit hatte ich nie daran gedacht, jemanden wie Königin Catherine zu treffen. Wusstet ihr, dass sie sowohl über Erasier als auch über Enrod herrschte, bis sie die Herrschaft über Erasier niederlegte? Ja, 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 ja. Gut, dann suchen wir sie jetzt mal. Irgendwo müssen sie ja sein. Da ist eine Herberge. Hallo, Don Perry. Schön, dass du da bist. So, wo ist denn jetzt der? Wo sind sie denn jetzt? Hier? Was ist das Haus? Ja, hier sind Königin Catherine und König Roland. Catherine, wir reden mit dir. Erasier. Nachdem wir die Greganer in Erasier geschlagen haben, habe ich meinen Thron entsagt und die Regentschaft einem meiner Generäle, Morgan Kendal, übergeben. Ich habe ihm die Aufgabe überlassen, Erasier neuen Regenten zu wählen. Bin sicher, es scheint viel zu sein, das ich aufgegeben habe. Aber ich bin an erster Stelle die Königin von Enrod. Wir segelten dorthin, als der große Sturm stattfand, der uns hierher gebracht hat. Genau, sieht aus wie Might and Magic. Kregans. Die Greganer, die es nicht mehr, die gibt es nicht mehr. Da bin ich mir sicher. Nachdem wir Lucifer-Kregan vernichtet hatten, bestreiften meine Armeen ehrvoll auf der Suche nach Hinweisen auf ihre Existenz. Wir haben keine gefunden. Nein, die Verseuchung unserer Welt durch die Greganer hat ein Ende gefunden. Elemente. Ich habe im Kampf gegen die Greganer neben den Fürsten der Elemente gekämpft. Sie waren treu und loyal. Ich weiß, dass Roland anderer Meinung ist. Aber ich vermute, dass ihre Feindseligkeit hier kein Zeichen von Wankelmut ist. Nein, ich denke, etwas anderes bringt sie dazu, uns anzugreifen. Vielleicht Magie? Ihr solltet mit unseren Weisen sprechen. Xanthor. Er beschäftigt sich eingehend mit dem Kristall des Vernichters. Ich bin mir sicher, dass er mittlerweile eine Theorie hat. König Roland. Oh, der sieht aber jung aus. Ah, ihr müsst die Helden des Rates der Allianz sein. Gut gemacht. Kerstin und ich sind hier, um zu helfen. Was kann ich für euch tun? Regans. Habt ihr gewusst, dass ich für mehr als sechs Jahre ihr Gefangener war? Zuerst dachte ich, sie seien Teufel direkt aus der Hölle. Jetzt bin ich mir aber nicht so sicher. Sie sahen in der Tat wie Teufel aus, aber sie benahmen sich nicht wie Dämonen. Nein, ich denke, sie sind einfach eine weitere Monsterrasse wie die Ogre oder Goblins. Egal ob Teufel oder nicht, ich bin froh, dass es sie nicht mehr gibt. Deswegen habt ihr habt ihr sie komplett ausgelöscht. Ne, die Kreganer sind ja diejenigen, die von Planet zu Planet gereist sind, um quasi die Planeten oder das Netzwerk der Alten zu infiltrieren und die Welten. Fürsten der Elemente. Kerstin und ich hatten schon mit den Fürsten der Ebenen der Elemente zu tun. Ich habe ihnen nie vertraut und nun sieht es aus, als ob ich Recht gehabt hätte. Zuerst waren sie unsere Verbündeten im Kampf gegen die Kreganer und ein paar Monate später befinden wir uns hier mit ihnen im Krieg. Ich verstehe in keinem der beiden Fälle ihre Beweggründe für die Hilfe oder die Behinderung. Sie sind gelinde gesagt treulose Wesen, aber hinterlistig ist vielleicht ein passenderes Wort, um sie zu beschreiben. Ja, die Fürsten der Elemente kamen das allererste Mal in Might and Magic zwei vor. auch ein Teil, den ich Let's Played habe, schon vor einer ganzen Weile. Die Konzepte von diesen Welten mit den Fürsten, mit den Elementen und so weiter, ist alles schon sehr, sehr früh entstanden. Sogar die Namen sind die gleichen. Kann ich nur sagen, schaut euch Might and Magic zwei auch auf dem Let's Play von mir an. So, weiter geht's. Enroth. Ich muss sagen, ich freue mich darauf, zu meinen Ländereien noch nach Enroth zurückzukehren. Es ist lange her, dass ich sie oder meinen Sohn Prinz Nikolai zuletzt gesehen habe. Er war ein kleiner Junge, als ich ihn zuletzt sah und nun ist er nahezu erwachsen. Sir Humphrey als Regent war eine gute Wahl, aber das Land war zu lange ohne die Führung seines Königs. Hey Katze, du sollst mich nicht kratzen hier, ne? Okay. So, ne? Da bist du aber jetzt hier. So. So, und wo ist jetzt Xanto? Wie geht es euch heute Abend? Nein, mit dir will ich nicht reden. Ach, geh doch mal zur Seite, du. Weg da. So. Hey, man, die da in der Cis die im Weg rumstehen, Mann. So. Schon wieder. So, ich muss die Kuh jetzt mal rufen. Komm. So. So blöken die Kuh. Ja, ich spiele auch noch Sto. Allerdings gerade nicht so viel hierfür. Weil ich gerade hier sehr viel Zeit in Might Magic und auch in Hogwarts Legacy reinstecke. Ah, die andere Seite der Herberge. Sehr gut. Hier ist Xanto. Hm. Ihr seid also die Helden der Allianz. Nicht besonders beeindruckend, muss ich sagen. Aber ich nehme an, ihr habt viel geleistet, um diesen Tag überhaupt zu erleben. Ich hoffe nur, ihr seid der Aufgabe gewachsen, welche das Schicksal meiner Meinung nach für euch bereit hält. Denn wenn nicht, sind wir alle verloren. Ja, die Kampagne spiele ich übrigens weiter. Ich sollte die Kampagne sogar schon abschließen, noch, bevor das zu Ende ist, ne? Ende Juni. So, der Kristall. Der Kristall, der vom Vernichter auf dem Dorfplatz platziert wurde, hat zweierlei Funktionen. Zum einen wird er die Welt zerstören, wenn wir nichts unternehmen. Oh, tragisch. Zum anderen ist er das Portal zum anderen ist er das Portal zu einer anderen Ebene der Existenz, der Ebene zwischen den Ebenen, wo sich mit großer Wahrscheinlichkeit auch der Vernichter befindet. Der Kristall ruft die elementaren Kräfte unserer Welt und zieht sie in sich hinein. Wenn diese Kräfte hier am Kristall zusammenkommen, wird die Welt vermutlich in einer großen Katastrophe zerstört. Wenn wir dies verhindern wollen, muss einer den Kristall als Portal dazu verwenden, zum Vernichter zu gelangen, um ihn und ihn entweder davon überzeugen, diesen Angriff zu beenden oder ihn eliminieren. Aufgabe. Da der Kristall im Einklang mit den Kräften der Elemente steht, kann nur derjenige passieren, der ebenfalls im Einklang mit diesen Kräften ist. Ich denke, es ist möglich, einen Schlüssel zu erstellen, der diesen Einklang für eine kleine Gruppe so wie die Eure simulieren kann. Ich kann diesen Schlüssel herstellen, benötige aber die Komponenten von reiner elementarer Kraft, um dies zu bewerkstelligen. Solche Komponenten existieren, soweit ich informiert bin, nur in einer Form, auf jeder der vier elementaren Ebenen befindet ihr Edelsteine, die elementare Herzen genannt werden. Bringt diese zu mir und ich fertige den Schlüssel, um das Kristallportal zu öffnen. Okay. Portal. Etwas an diesem Kristall scheint ein unheimlicher Zwang auf die Bewohner der Ebenen der Elemente auszuüben. Warum sollten sie sonst auf unsere Ebene Krieg führen? Ich habe entsprechende Berichte von euch und anderen gehört. Es scheint fast so, als ob diese Elemente von Wahnsinn getrieben werden. Und es ist Wahnsinn. Denn die Zerstörung Enrods würde ein Ungleichgewicht erzeugen, welches auch die Ebenen schwer treffen würde. Sie würden vielleicht sogar sich selbst mit diesem Sturm der Elemente zerstören. Zumindest riskieren sie die Natur, ihre eigenen Ebene zu zerstören. Ich begreife nicht, wie eine solche Veränderung gut sein kann. Okay. Damit haben wir eine neue Aufgabe. Nämlich bringt das Herz des Wassers aus der Ebene des Wassers zu Xanto. Bringt das Herz der Luft, bringt das Herz der Erde und bringt das Herz des Heuers zu Xanto. Jawohl. Und das werde ich in der nächsten Folge tun. Bis gleich.